Warum ignoriert das IPCC in allen seinen wissenschaftlichen Studien das wirklich wichtigste Treibhausgas? Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen IPCC ist ein wissenschaftliches Gremium, das 1988 von den Vereinten Nationen gegründet wurde, um politischen Entscheidungsträgern regelmäßig Berichte über den Klimawandel, seine Auswirkungen sowie Möglichkeiten zu dessen Eindämmung und Anpassung zu liefern. Im jüngsten Bericht des IPCC aus dem Jahr 2018 heißt es, es sei eindeutig, dass menschliche Aktivitäten seit Mitte des 20. Jahrhunderts der Haupttreiber der globalen Erwärmung seien. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass der Anstieg der Treibhausgase, vor allem Kohlendioxid CO2, äußerst wahrscheinlich 95 bis 100 Prozent durch menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die Landwirtschaft verursacht wird. Dies wird als menschgemachter Anteil oder vom Menschen verursachter Beitrag zum Klimawandel bezeichnet. Allerdings erkennt es IPCC auch an, dass auch natürliche Faktoren wie Vulkanausbrüche, Sonneneinstrahlung und natürliche Zyklen wie El Nío das Auftreten ungewöhnlicher, nicht zyklischer, veränderter Meeresströmungen im ozeanografisch-meteorologischen System des äquatorialen Pazifiks und die pazifische Dekadenoszillation eine abrupte Änderung der Oberflächentemperatur im nördlichen Pazifischen Ozean zum Klimawandel beitragen. Diese Faktoren werden als natürlicher Anteil oder natürlicher Beitrag zum Klimawandel bezeichnet. Das IPCC schätzt, dass der natürliche Beitrag zur globalen Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhundertes zwischen 0,3c und 0,7 Grad Celsius liegt, während der vom Menschen verursachte Beitrag zwischen 1c und 1,2 Grad Celsius liegt. Die Berichte des IPCC befassen sich auch mit dem CO2-Narrativ oder der Idee, dass CO2 der Haupttreiber des Klimawandels ist. Während CO2 ein wichtiges Treibhausgas ist, betont das IPCC, dass auch andere Faktoren wie Methan, Lachgas und fluorierte Gase zur globalen Erwärmung beitragen. Das IPCC stellt außerdem fest, dass die Beziehung zwischen CO2 und Klimawandel komplex und nicht linear ist, da Rückrüpplungsschleifen wie schmelzendes Eis und sich erwärmende Ozeane die wärmende Wirkung von CO2 verstärken können. Das IPCC schätzt, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit der vorindustriellen Ära um etwa 40% gestiegen ist, was vor allem auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Finanzierung des IPCC wird aus verschiedenen Quellen finanziert, darunter Regierungen, internationale Organisationen und private Stiftungen. Der Großteil des Budgets des IPCC kommt von den Vereinten Nationen, zusätzliche Mittel kommen von Regierungen wie den Vereinigten Staaten, Deutschland und China. Das IPCC erhält auch Mittel von Organisationen wie der Weltbank und der Europäischen Union. Das Budget des IPCC für den Zyklus von 2019 bis 2021 beträgt etwa 10 Millionen US-Dollar. Meinung, das Finanzierungsmodell des IPCC, das sich auf vielfältige Quellen stützt, gewährleistet keine Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit als wissenschaftliches Gremium. Frage, fehlt in deren Studien nicht das Wichtigste aller Treibhausgaser? In den letzten Jahren ist das Thema Klimawandel zu einem heiß diskutierten Thema geworden und viele Menschen stellen die Rolle von Treibhausgasen wie Kohlendioxid CO2 bei der Erwärmung der Erdatmosphäre in Frage. Eine weniger bekannte Tatsache ist jedoch, dass Wasserdampf und nicht CO2 tatsächlich das wichtigste Treibhausgas ist, das für die Erwärmung des Erdklimas verantwortlich ist. In diesem Film werden wir die Wissenschaft hinter diesem Phänomen untersuchen und beleuchten, wie wichtig es ist, die Rolle sowohl menschlicher als auch natürlicher Treibhausgase im Klimasystem der Erde zu verstehen. Lassen Sie uns zunächst über das Konzept der Treibhausgase sprechen. Treibhausgase sind Gase, die Wärme in der Erdatmosphäre einschließen, ähnlich wie die Glasscheiben eines Gewächshauses, Wärme einfangen und den Innenraum warm halten. Das bekannteste Treibhausgas ist CO2, das durch menschliche Aktivitäten, wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Abholzung von Wäldern in die Atmosphäre freigesetzt wird. Allerdings ist Wasserdampf tatsächlich das am häufigsten vorkommende Treibhausgas in der Erdatmosphäre und macht etwa 60 Prozent des gesamten Treibhauseffekts aus. Warum ist Wasserdampf ein so wirksames Treibhausgas? Die Antwort liegt in seinen physikalischen Eigenschaften. Wasserdampf ist ein hochwirksamer Absorber von Infrarotstrahlung, also der Art von Strahlung, die von der Erdoberfläche und der Atmosphäre emittiert wird. Das bedeutet, dass Wasserdampf die Wärme in der Atmosphäre einfängt, ähnlich wie eine Decke die Wärme um den Körper einer Person herum einfängt. Tatsächlich speichert Wasserdampf so effektiv Wärme, dass er den Treibhauseffekt, der durch andere Treibhausgase wie CO2 verursacht wird, sogar verstärken kann. Zitat aus Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstandssättigung der Absorptionsbanden stand 3. April 2020. Etwa 0,1 Prozent der Gase in der Erdatmosphäre sind infrarotaktiv. Diese Spurengase können infrarotes Licht, also Wärme, absorbieren. Kohlendioxid gehört dazu, der Volumenanteil des Kohlendioxids in der Atmosphäre beträgt mittlerweile über 400 ppm, das sind etwa 0,04 Prozent. Zum natürlichen Treibhauseffekt trägt CIRP2 mit einem Anteil von bis zu 26 Prozent bei. Die gemessenen Banden des CIRGAS-Spektrums teilen sich bei höherer Auflösung in diskrete, scharfe Einzelbanden bzw. Linien auf. Die diskreten Energiezustände bzw. Schwingungen, Rotationen sind im Infrarotspektrum als Senden zu erkennen, wenn man die Transmission, die Durchlässigkeit für Wärme, betrachtet, und als Pieps, wenn die Absorption gemessen wird. Die gemessenen Spektren sind Linien-Spektren, durch Überlagerung der Einzelzustände entstehen Absorptions-Banden. Die folgenden Abbildungen zeigen schematisch die ausgehende Wärmestrahlung in Abhängigkeit von der Wellenlänge in logarithmischer Darstellung. Die Spektren verdeutlichen auch die Anteile verschiedener Gase an der Erstrahlung und die Überlappung der einzelnen Spektren der Gase. Die wichtigsten Banden für Absorption und Emission sind die von Wasser und Kohlendioxid. Wasser hat eine starke Rotationsschwingungsbande zwischen 5 und 8 Mikrometer mit einem Peak bei 6,3 Mikrometer und eine breite Bande bei 16 Mikrometer. Kohlendioxid hat eine starke Rotationsschwingung zwischen 13 und 17 Mikrometer mit einem Peak bei 15 Mikrometer, die sich teilweise mit dem des Wassers überlappt. Kohlendioxid und Wasserdampf lassen ein Fenster zwischen 7 und 13 Mikrometer offen, in denen teilweise die anderen Spurengase wirken. Die Abbildungen zeigen einen stark vergrößerten Bereich des 15 Mikrometer-Bandes in logarithmischer Darstellung. Im rot markierten, mittleren Bereich ist das Spektrum bei der heutigen CO2-Konzentration gesättigt. Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellenlängen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbiert. Der gelbe Bereich zeigt die Sättigung bei einer Vervierfachung der CO2-Konzentration. Die Flankenbereiche sind danach noch lange nicht gesättigt. Zusätzliches CO2 kann in diesen Bereichen infrarote Strahlung absorbieren. Zitat Ende. Anmerkung. Nur der Spektralbereich auf der linken Seite ist betroffen, denn rechts davon wird die Bande vom Wasserdampf überlagert. Dass das CO2 diese Sättigungseffekt hat, das ist dem Deutschen Bundestag von seinem eigenen wissenschaftlichen Dienst 2020 in einem Sonderbericht bekannt gegeben worden. Und zwar von diesem Dokument. Ist in schwarz angeführt. Und da findet sich folgender Satz. Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangende Kohlendioxid auf die Atmosphäre in diesem Teilbereich keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellenlängen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbieren. Das weiß der Bundestag seit 2020. Und das gibt es in einer Version von 2023, da ist genau der gleiche Satz drin. Und das sollten die Politiker einfach zur Kenntnis nehmen. Der eigene wissenschaftliche Dienst hat ihnen genau gesagt, was bei zusätzlichem CO2 in der Atmosphäre passiert. Und noch viel schlimmer ist, der IPCC, der Weltklimarat, hat 1995 einen Sonderbericht erstellen lassen. Und auf Seite 174 steht ein Satz, den ich auf Deutsch übergesetzt habe. Im Zentrum des 15-Mikrometer-Bandes hat die Erhöhung der CO2-Konzentration fast keine Auswirkung. Die CO2-Absorption ist bei diesen Wellenlängen tatsächlich gesättigt. Das sagt der IPCC 1975. Und ein bisschen irreführend ist das Zentrum. Das Zentrum ist der ganze flache Bereich. Also eine weitere Erhöhung von CO2 verändert nur die Flanken. Das wird ein bisschen breiter, das Klamotor und die Flanken werden steiler. Und damit, auch der IPCC sagt das selber, die Physiker wissen das seit den 50er Jahren. Da hat man diese Spektren alle gemessen, die kann man auch ausrechnen aus der Quantenmechanik. Und man weiß genau, wie sich CO2 und diese ganzen Gase verhalten, wenn eben unterschiedliche Wellenlängen eingestrahlt werden. Lassen Sie uns nun über die Rolle sowohl menschlicher als auch natürlicher Treibhausgase im Klimasystem der Erde sprechen. Während Wasserdampf das am häufigsten vorkommende Treibhausgas ist, schwankt seine Konzentration in der Atmosphäre stark und wird stark von Wetterbedingungen und anderen natürlichen Faktoren beeinflusst. Beispielsweise kann in Dürreperioden die Wasserdampfkonzentration in der Atmosphäre deutlich abnehmen, was zu einer Verringerung des Treibhauseffekts führt. Andererseits haben menschliche Aktivitäten, wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Abholzung von Wäldern zu einem deutlichen Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre geführt. Dieser Anstieg des CO2 hat zu einer Verstärkung des Treibhauseffekts geführt, der zur beobachteten Erwärmung des Erdklimas im letzten Jahrhundert beigetragen hat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Rolle von CO2 beim Treibhauseffekt im Vergleich zu der von Wasserdampf nur sehr gering ist. Was bedeutet das alles für unser Verständnis des Klimawandels? Erstens wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, das komplexe Zusammenspiel zwischen menschlichen und natürlichen Treibhausgasen im Klimasystem der Erde zu verstehen. Während CO2 sicherlich ein Faktor beim Treibhauseffekt ist, darf die Rolle von Wasserdampf nicht außer Acht gelassen werden, die in Diskussionen über den Klimawandel oft übersehen wird. Zweitens unterstreicht es die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes zur Bewältigung des Klimawandels, insofern diese überhaupt möglich ist. Während die Reduzierung unserer CO2-Emissionen möglicherweise vernachlässigbar ist, ist es wichtig, die Rolle anderer Faktoren wie Landnutzungshänderungen und Entwaldung zu berücksichtigen, die einen erheblichen Einfluss auf die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre haben können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle von Wasserdampf im Klimasystem der Erde ein komplexes und faszinierendes Thema ist, das in der Diskussion über den Klimawandel mehr Aufmerksamkeit verdient. Indem wir die Rolle sowohl menschlicher als auch natürlicher Treibhausgase verstehen, können wir wirksamere Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und zur Abmilderung seiner Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft entwickeln. Wie immer ist es wichtig, über dieses kritische Thema informiert und engagiert zu bleiben und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die sowohl effektiv als auch gerecht sind. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, über ein Like freue ich mich, teilt das Video gerne, wenn es euch gefallen hat, Quellenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, bis zum nächsten Video.